Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von InfoNeulandTV. In den vergangenen zwei Wochen feierten sowohl die 9. Klasse der Unterstufe und die 3. Klasse der Oberstufe ihre offizielle Abschlussfeier. Am Freitagabend, den 21. November, war es die 9. Klasse, die in einer intimen Feier den Abschluss der ersten Etappe ihrer Schullaufbahn feierte. Den 26 jungen Mädchen wurde bei dieser Gelegenheit vom Gouverneur des Departaments Boqueron, der Koordinadora Departamental, dem Oberschulzen der Kolonie und dem Schulleiter die Zeugnisse überreicht. Anschließend wurden einige Anerkennungen und Auszeichnungen vergeben, darunter für den besten Schüler und für besondere Leistungen. Am darauffolgenden Freitag schloss der 3. Kurs der Oberstufe mit einer Feier seine Schulaktivitäten ab. Neben den Reden der Autoritäten bekamen die zwölf austretenden Schüler ihre Zertifikate überreicht. Auch hier wurden Auszeichnungen für den besten Schüler, besondere Leistungen und weitere vergeben. Die Feier schloss mit einem Brindis. Die Feier schloss mit einem Brindis. Die Feier schloss mit einem Brindis